hallo und herzlich willkommen zu einer neuen aufnahme von let's play minecraft bauernkriege mit dabei ist mal wieder der tommy ja der sich der sich jetzt schon genutzt deswegen kann man ihn bei mir nicht hören deswegen deswegen macht also machen wir uns jetzt einfach immer der mode aus und ich bin ja abgemacht dass ich bei der roten seite und er bei der blauen ist los geht es okay ja also das erste was wir natürlich machen ist ist er jetzt schon da drüben okay er ist drüben mein als erstes mache ich erst mal gras gras so die wolle markiert ja wo das gras hingehen soll deswegen habe ich erst mal das da aufgepackt so und was machen wir noch das hier oberspitzhacken oberspitzhacken so das vier diamant wenn ich viel vier eisen so weiß ne was so so zwei steckse rechnen so und hier ein graus block das reicht dann schon mal ja die meine videos ja schon mal geguckt haben die kennen ja wohl meine taktik also ich mache jetzt erst mal so erst mal ein geil crafting tape fertig oh was scheiße jetzt habe ich eine jetzt habe ich eine tür gemacht nein nein ey fichtenholzbretter und ein kraft nicht Spaß was meine ich meine vierte türo so da 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 so oh oh mein Gott ich bin fast runtergefallen ey scheiße t so eigentlich gleich soll der bout So, erstmal schnell rüberbauen. Die Mitte brauchen wir erstmal nicht, weil der Spawn muss wenig Diamanten, deswegen scheiß auf die Mitte. Ich habe keine Erde mehr, scheiße. Erstmal ein bisschen Erde machen. Okay. 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 Oh man, jetzt muss ich erstmal auf Schweinefleisch warten. Scheiße, was soll ich jetzt machen? Ich brauche Schweinefleisch, 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 Schweinefleisch. Okay, haben wir Schweine? Nein, haben keine Schweine, ist doch klar, dass wir keine Schweine haben. Warum sollten wir denn auch Schweine haben? Brauchen wir nicht mit diesem Trickspiel. Man sieht da, ob er fällt die ganze Zeit aus der Welt, keine Ahnung warum. Hatte man nicht Probleme gerade. Fällt schon wieder aus der Welt. Mann, wann kommen denn die Diamanten? Ich glaube, ich sollte jemand teleportieren, echt. Er fällt die ganze Zeit runter. Ich schreibe gerade mit einem Finger, aber warte. tp super boy txj Fällt der immer noch aus der Welt? Ja, so. Wo ist er denn? Hey, wo ist er denn? Wo ist er? Egal. Oh, wie oft soll ich denn noch teleportieren? Oh, ich hab Schweine. Oh, ich hab Schweine. Ach, renne nicht weg. Ich will dir gar nichts tun. Geh von der Ecke runter. Junge. Ich spring nicht runter. Ich hab keine Ahnung wo er ist, aber egal. Oh, loo, da ist er. Geh mal schnell weg. Oh, Relativmode, ok. Ich glaub, er hat irgendwelche Probleme. Ich hab keine Ahnung welche. Aber das ist erstmal Nebensache. Boah, komm mal nach, komm doch mal her hier. Hallo. Du scheiß Schwein. Ach, egal. Neu? Scheiße. Fuck, fuck, fuuuuuck. So. Erstmal ein paar Stickies machen. Keine Ahnung warum. Ich brauch nur ein paar Stickies. Okay, jetzt hab der sich wieder Game Mode 0 gemacht. Das ist erstmal, das ist erstmal gut. Oh, sorry. So, warte mal. Äh, genau. So, so. So, so. Also, ich wurde noch nie besiegt. Mal gucken, ob er es heute mal schafft, aber ich denk mal nicht. Ich denk mal nicht, dass er es heute schafft. Was soll ich denn jetzt machen? Achso. Mein Gott. Was soll ich denn jetzt machen? Achso. Die Schweine sind jetzt mal unsichtig. Die Schweine sind jetzt mal unsichtig. Oh, ich hab Hunger. Scheiße. Ich, ich brauch mal wieder was zu essen. Hm. Ich hab jetzt voll wenig Essen. Ich muss mal ein bisschen was essen. Aber, das mach ich dann erst gleich nachher, weil ich brauch noch ein paar Schweine. Ich brauch ein paar Schweine. Hab noch keine. Ich hab noch keine. Egal. Schieß aufs Essen. Ich brauch erstmal kein Essen. Okay. Meine Gott. Ich glaub, es werden, es werden zwei Folgen. Ich glaub, ich glaub ja. Zwei, nicht eine. Hm. So, wir müssen... Also jetzt hab ich auch gerade ein bisschen Geduld, weil... ich hab sowas craften muss so was wollen wir jetzt noch machen? keine ahnung den Block darf man da nicht hinzubauen deswegen darf ich erstmal nicht so eine große Mauer machen muss aufpassen ja aber ist jetzt erstmal egal ja und ich weiß nicht ob ihr das schon mal gespielt habt aber ich mit dem Bauernkriege richtig cool und ich wurde eben bis jetzt nicht einmal besiegt und das wird sich auch niemals enden und das war's heute mal wieder von der Folge ja ich bin ich bin von da oben runter gesprungen und bin da hier lang geschlichen hat mich nicht gesehen ja das war's nochmal wieder für heute und hier drin ist der kleine Stricher oh so nochmal getötet nochmal geguckt was er das in der Truhe hat oh nur Dreck ey nur Dreck mein lieber das geht damals gar nicht ey nur Dreck nur Dreck ok Leute das war's das war's bye bye das war's 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 das ist